Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier bei unserer Amaya, die gerade echt nicht glücklich aussieht. Obwohl sie es eigentlich wahrscheinlich sein müsste, denn... Heute ist ihr Geburtstag! Sie wird endlich zur jungen Erwachsenen. Es hat auch lange gedauert jetzt. Ich bin so aufgeregt. Heute ist auch Rabatttag übrigens. Ich weiß nicht, was wir damit anstellen sollen, aber we will see. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist eine Geburtstagspartyplan. Ja, wir laden natürlich die ganze Family ein und ein paar Freunde, ne? Ich fände es eigentlich cool, wenn wir irgendwie in den Nachtclub gehen. Einfach weil sie ja auch so eine Partymaus ist und so. Ich weiß, es ist vielleicht dann nicht so unbedingt schlau, dass man da seine Tochter einlädt. Aber die kann ja sonst zur Not frühzeitig nach Hause gehen oder so. Wir gehen um 18 Uhr dann schon. Sie muss sich aber wahrscheinlich ihren Kuchen dann selber machen. Aber das wird sie überleben. Das ist mir gerade ziemlich egal, Mr. Sensenmann. Das mache ich nämlich privat. Ja, und gerade sind wir hier nicht privat. Ach, sie kann gar nicht am Rabatttag teilnehmen. Dann ist es auch eigentlich egal, ob wir irgendwas kaufen oder nicht. An dem Tag, wo ich das hier aufnehme, baue ich übrigens auch die Doppelhaushälfte für unser Girl im Livestream. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt hier erwähne, weil wenn ihr diesen Part seht, dann war der Livestream schon. Keine Ahnung, ob wir fertig werden. We will see. Aber das heißt, dass wir jetzt irgendwann demnächst dann mal umziehen könnten. Aber ich will es jetzt auch nicht so instant machen, weil das irgendwie auch unrealistisch ist. Ja, dann mach doch vielleicht schon mal einen Kuchen. Blaues Konfetti-Kuchen. Das sieht doch gut aus. Warum? Warum seid ihr immer böse zueinander? Ich finde das nicht in Ordnung, Leute. Ihr sollt euch verstehen. Kannst du vielleicht den Kuchen fortsetzen? Perfekt. Ach süß. Sie spielt erstmal selbst an der Gitarre. Finde ich super toll. Ey, vielleicht können wir dann nachher unser cooles Outfit anziehen, was wir mal gekauft haben. Wenn ich dann endlich mal dran denke. Ist ja immer so eine Sache bei mir. Sie wünscht sich auch ein höheres Level der Fitnessfähigkeit zu erreichen. Deswegen darf sie doch gerne mal ein bisschen energiegeladen joggen gehen. Ich glaube, sie würde ihren Geburtstag sehr entspannt angehen und halt eben das tun, was sie mag. Und das ist halt unter anderem Sport, ne? Big Sister is watching you. Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten und Celeste fühlt sich unter Druck. Und es ist auch nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen das neben ihr sitzt mit ihren hübschen, unschuldigen Augen zu ihr rüberstarrt. Will das Mädchen von ihr abstreben oder will es einfach nur freundlich sein? Was nun? Wir setzen uns vielleicht einfach woanders hin. Celeste nimmt ganz hinten Platz, wohin sich das Mädchen niemand setzen würde. Zu weit weg von der Tafel. Jetzt wollen all die coolen Kinder, die hinten sitzen, von Celeste abschreiben. Das ist natürlich doof. Aber da muss man halt dann auch mal durch, ne? Es fängt an zu regnen. Ach man. Erstmal eine Simstagram-Story machen. Wie es sich gehört. Birthday Girl. 132.000 Follower. Läuft bei ihr. Jetzt möchte sie noch boxen gehen, von sich aus. Warum eigentlich nicht? Rechnungen. Gemein. Wir haben auch noch Post bekommen. Warum das? Das kenne ich so gar nicht. Ach, Newsletter der Ambrosia-Gesellschaft. Meinetwegen ließ es halt kurz. Oh, ich habe schon eine Belohnung freigeschaltet. Cool. Nice, ich kann die neue Hose kriegen. Yeah. Ist das dumm. Sie ist gerade so sauer, ne? I don't get it. Über Gefühle bloggen. Da sehe ich sie. Ich tue den Kuchen jetzt mal schon ins Inventar, weil ich weiß genau, dass ich ihn sonst vergessen werde. Nee, du lädst jetzt keine Freunde ein, Girl. Es ist heute der Geburtstag von deiner Mutter. Die möchte Zeit mit dir verbringen. Ein Schulprojekt gibt es auch noch. Bleibt wohl nicht aus, ne? Das nennen wir wieder in den Garten. So, dann geh mal zu deiner Mom. Ähm, warum könnt ihr nicht kuscheln? Ist sie, weil sie noch Teenager ist? Oh, wir können sich über positive Beziehungsdynamiken aufklären. Da sehe ich sie. Sie lachen auf jeden Fall zusammen. Also, es ist doch schön. Könnte es bedeuten, dass Celeste tiefgründige Gedanken mag? Warum eigentlich nicht? Sie mag keine Karotten. Das tut mir sehr leid für dich. Jetzt könnt ihr ja nochmal gemeinsam irgendwie was von der Pizza von gestern nehmen. Möchtest du dich nicht dafür hinsetzen eigentlich? Ich würde sagen, wir gehen am besten schon hin, oder? Amaya muss sie noch frei nehmen. Aber das wird schon. Nee, Elaine. Nee. Urlaubstag? Nee. Sie hat sich, glaube ich, gefühlt noch nie Urlaub genommen. Sie hat sieben Urlaubstage. Also, da kann sie ja wohl mal sagen, ha, ich habe Geburtstag. Ich möchte bitte, ne? Geht nicht. Ich war gerade in der Gegend und als ich an deinem Zuhause vorbeikam, habe ich gespürt, wie deine Liebe bin. Wie ein starker Magnetanzug. Also musste ich einfach vorbeikommen, um Hallo zu sagen. So mauselig. Das heißt, er ist auch schon verfrüht da. Er wusste wahrscheinlich schon, dass sie auf dem Weg sind. Das sind so welche süßen Mäuse, ne? Ich lieb's ja einfach. Sind beide sehr zufrieden. Los geht's. So, Amaya, aber du ziehst jetzt ein cooles Outfit an. Ja, diesmal habe ich dran gedacht, ich coole. I mean, look at you. So kann man schon mal Geburtstag feiern. Sie hat ja auch genug, was sie zeigen kann, die Gute, ne? Hier sind auch Tische, aber die müssen wir erst freiräumen. Sonst wird das ja nix mit unserem Kuchen Spiele spielen lassen. Was wollten ihr für Spiele? Oh, ich seh schon. Aber da sind nur zwei Plätze. Ist auch eigentlich egal. Gruppenmahlzeit zubereiten. Ja, was denkst du, wo wir hier sind? Das ist ein Nachtclub. Warum kann sie nur zuschauen und nicht dansen? Hier, geh dansen. Woo! Süß. Ich weiß nicht wieso, aber Paul, warum hast du ne Polizeimarke? Also, vielleicht ist er Polizist so, aber warum geht er so dahin? Fragen über Fragen. Jeremy ist komplett horny. Guckt euch Elaine an. Wie kann man so hübsch sein, ey? I can't. Aber warum ist sie traurig? Könnt ihr bitte nicht böse zueinander sein? Finde ich nicht in Ordnung. Celeste sitzt hier mit ihren Omis. Auch schön. Ich würde sagen, es ist dann so langsamer Zeit, um sich die Kerzen auszufusten. Streicht das nicht. Das ist so krass. Ich kann es mehr. Oh Mann. Und alle feiern auch mit. Das ist so süß. Mizuki sieht so, als hätte sie gar keinen Bock. Aber passiert, ne? Ich kann nicht. Ich bin ja so nicht bereit. Aber auch schon. Oh mein Gott. Wollen wir Geld bekommen? Fragen über Fragen. Also, ich habe ihre Merkmale ja zuvor auch randomisen lassen, weil wir kannten sie ja nur als Baby damals. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt nochmal randomisen. Und sie ist Perfektionistin. Und ich finde, das passt extrem gut zu ihr. Deswegen würde ich da auf jeden Fall dranbleiben. Und ich würde, glaube ich, erst mal bei dem Bodybuilder-Ding bleiben. Weil irgendwie was Besseres gibt, glaube ich, erst mal nicht. Also, wenn ihr eine bessere Idee habt, was ihr bestreben sein könnte, schreibt es mir gerne. Aber das lassen wir dann erstmal, so würde ich sagen. Und jetzt müssen wir wieder die Akne beenden und wieder neu machen, weil sonst hat diese Frau für immer Akne. Der Eintritt ins Erwachsenenalter ist für jeden Sim mit großen Veränderungen verbunden. Die bisherigen Beziehungsdynamiken von Amaya wurden aufgelöst, da sie nun eine neue Sichtweise auf die Welt hat. Bitte? Ich bin so verwirrt darüber. Ach, wie clean sie aussieht. Also, an manchen Sims finde ich das ja auch ganz cool, wenn die weiterhin so Akne und so haben, aber bei ihr sehe ich es halt einfach nicht. Dann speichere ich jetzt mal. Und ich würde sagen, wir begeben uns direkt in den Creative Sim tatsächlich, weil ich kann es nicht, also, ich kann nicht abwarten. Look at you. So, eine erwachsene Maus ist sie jetzt einfach. Ich kann nicht mehr. Let's go einfach. Let's go. So, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Musik 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 Dieses ume Styling ging viel zu lange, aber es ist mir egal. Ich liebe es auf jeden Fall. Die süße Maus ist einfach... I love her so much! Also, ich habe eigentlich jedes Outfit geändert. Ich dachte mir, die süße Maus würde vielleicht sich jetzt zumindest ein bisschen schminken. So ein bisschen mehr quasi aus sich raus holen. Ja, aber außerdem sieht sie dadurch ein bisschen älter aus. Trotzdem habe ich versucht, ihren Stil noch sehr jung zu halten. Weiterhin farbenfroh und trotzdem modisch und so. Weil ja, sie ist Mutter und normalerweise würde ich Müttern keinen Bauch frei zum Beispiel geben. Fühle ich halt meistens nicht so sehr. Bei ihr ist es was anderes, weil sie ist ja quasi gerade kaum... Vielleicht 23 oder so. Und ich finde, das ist definitiv noch legitim, sage ich mal. Deswegen habe ich sie jetzt anders gestylt, als ich andere Mütter stylen würde, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall ihr erstes Outfit und euch liebst. Und dann haben wir das hier. Da habe ich die Hose noch behalten, weil... Auch wenn sie jetzt quasi sich neue Sachen zugelegt hat, möchte ich halt einfach nicht, dass sie jetzt so komplett... Komplett diesen Konsum verfallen ist, sage ich mal. Aber ein paar neue Teile, die mussten halt einfach mal sein. Dann haben wir noch dieses Outfit, das finde ich auch richtig cool, weil das halt einfach so vom Vibe genauso ist, wie ihr allererstes Outfit, womit wir sie alle kennen und lieben gelernt haben. Aber es ist halt trotzdem mal was Neues, weil wirklich, ich konnte dieses Oberteil nicht mehr sehen, dieses Blaue. Sie hat sich halt einfach weiterentwickelt, ne? Dann habe ich ihr ein neues Kleidchen gegeben für ihre Abendkleidung. Und ich finde diese Farbe ist einfach, ne? Also das ist halt trotzdem iconic, deswegen musste ich natürlich auch diese Farbe ab und zu noch wählen. Ich liebe es, weil es sieht einfach sehr süß aus. Dann ihre Sportkleidung, ne? Da habe ich ihr mal auch was gegeben, damit sie ihre Haare zusammen machen kann. Das finde ich halt auch sehr cool, ne? Weil zum Sport machen ist es vielleicht gut, wenn man richtig so einen Anzug dazu hat oder sowas. Dann ihre Nachtwäsche habe ich jetzt auch endlich mal verändert. Weil das haben wir auch viel zu lange gesehen. Und jetzt haben wir das Outfit, was wir ihr letztens schon mal gegeben haben. Und dann zusätzlich halt eben noch das hier. Ich habe auch überlegt, ob ich ihr halt wirklich so Unterwäsche geben soll oder so. Aber ich dachte so, okay, sie lebt in ihren Bikinen zusammen. Das finde ich immer ganz wild, wenn die dann die ganze Zeit in Dessous rumlaufen. Und das hier, finde ich, ist ja noch so okay, weil es ist einfach so ein Nachthemd. Dann ihre Ausgekleidung ist mal wieder komplett all out. Ich habe erst überlegt, ob das zu viel ist mit dem Netz hier oben und das hier an der Seite und so. Aber ich finde es eigentlich geil. Müsste ich mir mal sagen, ob das zu viel ist oder nicht. Ich lieb's, dass sie halt so ein bisschen all out geht, wenn sie dann halt mal Party machen macht. Dann ihre Badekleidung. Süßmaus einfach nur. Ich habe auch überlegt, ob ich ihr diesen anderen Badeanzug gebe. Aber an sich, der steht ihr mega gut und sie würde sowas bestimmt tragen. Aber ich finde, der ist so hoch geschnitten. Und dann ist sie halt halbnackt. Das ist irgendwie auch ein bisschen mild. Das Heißwetteroutfit, da habe ich mit dem Rock ein bisschen gestruggelt. Aber an sich finde ich das auch extrem süß. Und zu guter Letzt das Kaltwetteroutfit. Was soll ich sagen? Es ist halt einfach so cool. Und so ein bisschen hat sie sich beim Stil ja auch dann Jeremy genähert. Das finde ich halt auch sehr cool. Sie ist trotzdem noch Amaya, aber das matcht jetzt quasi ein bisschen besser. Ich liebe es einfach komplett. So, wir spielen jetzt noch einen Moment. Weil, also, ne, wir können ja hier nicht nur den ganzen Part im Umstyling verbracht haben. Sie hat sich auch direkt umgezogen. Ihr anderes Outfit. Sie so, ne, ich habe noch etwas cooles Neues. Wir können nicht studieren. Wir haben keinen Abschluss. So, und sie kann jetzt natürlich erstmal Jeremy in ein Ständchen bringen. Das fände ich richtig süß. Sie hat mit Elaine Stimmung erhalten. Ja. Sie guckt mir gerade in die Seele. Aber ansonsten ist alles gut. Das Spiel möchte nicht. Aber ich möchte. Ich möchte. Die Leute essen schon fleißig Kuchen. So, das funktioniert dann jetzt auch mal. Schön. Celeste tanzt auch. Ich lieb's. Oh, und jetzt knutschen die sich noch ab. Ich lieb's ja. Es wird noch gedenzt. Oh. Ha. Ha. Hi. Hu. Hu. Ha. Ja. Bitte. Ah. Ja. Komm's ran. Wir nehmen denen mal kein Geld weg, ne. Also, wir kommen schon klar. Aber, oh mein Gott, fragt er uns einfach. Er hat wahrscheinlich wirklich nochmal länger überlegt, ob er das dann wirklich möchte und so und ist jetzt wahrscheinlich so, ja, eigentlich. Es ist genau das, was ich möchte. Und das ist so schön. Gott, wir haben Jeremy hier im Haushalt. Keine mehr. Oh nein, jetzt werden die schlechte Stimmung haben, weil die dann nichts gekauft haben. Egal. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was Jeremy für einen Job annehmen soll, ne. Ich hab keine Ahnung, wo wir ihn reinstecken sollen. Ja. Die Beziehungsdynamik ist wieder gesund. Jawoll. Sag mal, kann sie nochmal mit Judy reden? Ne, ne. Dafür ist sie noch nicht krass genug. Wir können ja trotzdem mal um ein Selfie bitten. Ja. Gold verdient. Schöne Party. Süß. Sie nimmt sogar was von unserem Kuchen. Süß. Suddenly Besties mit Judith. What? Nimm dir noch ein Stück Kuchen, wenn wir schon hier sind, ne. Die Maus ist schon richtig müde. Ich kann's verstehen, ne. Das ist ja auch eigentlich nicht so der Ort für Kinder eigentlich. Jeremy sitzt hier hinten ganz alleine. Same. Ich würd sagen, wir begeben uns dann auch mal nach Hause. Es ist ein Uhr nachts. Boah, das war dann ja quasi das Geburtstagsgeschenk, dass er fragt, ob er einziehen kann. Süß. Warum steht der Postbote hier noch? Muss ich mir Gedanken machen. Und er ist natürlich auch müde, ne. Also, das geht ja nicht. Warum hat sie jetzt das Outfit an zum Schlafen? Das geht nicht. Nee. Machen wir nicht. Och, und die kuscheln auch direkt, ne. Ich liebe euch ja so. Warum hat der einen Bart? Das müssen wir sofort unterbinden. Er trägt keinen Goat, He-Man. Nein. Nein. Och, ich liebe euch ja so. Er hat eine Angst, verurteilt zu werden. Ach, Mausel, ey. Amaya muss erstmal pinkeln. Und die gute Maus muss unbedingt in die Schule gehen. Das ist ein Problem. Geh flott duschen, weil sonst stinkst du ganz doll. Das wäre nicht gut. Wie viel ist das Grundstück wert? 39.000. Also, ich würde dann mal das ganze Haus versuchen, so um die 100.000 kosten zu lassen. Wenn es ein bisschen mehr wäre, wäre es ja auch nicht so schlimm. Da müssen wir halt ein bisschen mehr drauf sparen. Ich denke, das ist fair soweit, oder? Vielleicht kannst du mal ein Frühstück servieren. Einfach mal ein paar Eier und Toast. Seine ganzen Beinhaare wachsen auch. Ich kann nicht mehr. Wer ist das denn da hinten? Genau der. Die. Besser gesagt. Lülülülü. Lasst mich in Ruhe mit eurem Haarwachstum. Er hasst kochen. Ist ja auch toll. Na, egal. Alles für seine Freundin, oder? Seine Verlobte sogar. Wirklich viele Fähigkeiten hat er jetzt aber nicht unbedingt, ne? Naja. Kann man ja noch dran arbeiten. Wir müssen natürlich auch damit klarkommen, dass er böse ist, ne? Aber solange er uns als Family nichts antut, ist es alles in Ordnung. Er hat zumindest die Küche nicht abgefackelt. Das ist doch schon mal toll. Elaine ruft an. Was ist los, Mutter? Da kannst du ja mal hier in die Blümchen verkaufen gehen. Einfach mal ein bisschen helfen, ne? Sie hat einen Muskelkater. Ach man. Beschwer dich mal nicht. Kuschelkooperation. Süß. Das ist so das Thermostat vielleicht einmal ausstellen. Wir müssen es nicht unbedingt heißer haben. Es ist Sommer. Mit dieser nicht ganz so begeisterten Amaya würde ich aber dann auch den Part beenden. Ich bin so aufgewühlt irgendwie, weil ich kann nicht so ganz glauben, dass diese Frau jetzt erwachsen ist. Wie immer, wenn es irgendwelche Ideen gibt, ne, zu irgendwas, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Denn das Ganze lebt ja auch irgendwie davon, dass auch mal Ideen von außen mit eingebracht werden. Hauptsächlich jetzt zum Beispiel zu Jeremies Beruf. Ich hatte vielleicht schon gedacht, dass man vielleicht sagen könnte, so Freelancer irgendwas. I don't know. Könnt ihr mal eure Gedanken zu der Option schreiben? Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss.